Lass mich dir gleich eine Frage stellen. Weshalb möchtest du Arctilas besänftigen? Jo, weil es in Rage ist, eventuell. Aha. Dann meine nächste Frage. Was genau ist denn das Problem an seiner Rage? Lawinengefahr. Man kennt es. Gerade ist die Saison. Da muss man aufpassen. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Brian's Corner mit einer weiteren Folge des Let's Plays zu Pokémon Legenden Arceus auf der Switch. Wir sind inzwischen so weit. Nach gefühlten 100 Stunden haben wir endlich genügend Erfahrungspunkte gesammelt. Wir können also jetzt zur Kommandantin Celestis zurückgehen. Dann werden wir gleich auch im Rang aufsteigen. Ihr seht es jetzt rechts unten eingeblendet. 9.170 Erfahrungspunkte haben wir jetzt inzwischen sammeln können. Und wie ich eben schon gesagt habe, es hat jetzt wirklich lange genug auch gebraucht. Ich bin auch erst jetzt im letzten Video dann auf den Trichter gekommen, jetzt nochmal sich Pokémon anzuschauen, bei denen die Einträge vervollständigt werden müssen oder können oder auch sollen, wie auch immer. Denn das gibt halt nochmal ordentlich Erfahrungspunkte. Und deswegen sind wir jetzt im letzten Video auch ein bisschen zügiger da vorangekommen. Das sollten wir vielleicht für das nächste Mal im Hinterkopf behalten. Also vielmehr ich. Weil das dann doch recht einfach und schnell geht. Wenn man den Bericht vervollständigt, dann kommt man da auch jetzt voran. Jetzt haben wir es auf jeden Fall geschafft. Und ich würde sagen, wir berichten natürlich Kommandantin Celestis jetzt von unserem Erfolg. Ja, wir werden gefragt, ob wir wieder Fortschritte machen. Sie möchte gerne einen Blick reinwerfen. Das ist alles bekannt. Das kann sie gerne machen. Ich erkenne deinen Fortschritt an. Damit hast du dir einen neuen Mitgliedsrang erarbeitet. Ja, und natürlich, in dem Fall brauche ich nicht darauf hinweisen. Es geht also jetzt gleich dann in der Hauptstory weiter. Also für alle, für die, die gerne der Hauptstory folgen möchten, solltet ihr am besten dranbleiben. Okay, wir können jetzt Flügelbälle einsetzen. Und Pokémon bis Level 65 gehorchen uns. Ist doch, glaube ich, jetzt wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass das Garados nicht immer auf uns gehört hat. Fällt mir mal gerade so ein. Also jetzt bekommen wir bestimmt auch noch die Anleitung für Flügelbälle. So, eine Aprikoko, ein Eisenbrocken, ein Azu, Glanzstein brauchen wir dafür. Mhm. Okay, wir müssen weiter aufsteigen. Das ist auch klar. Du bist der Einzige, dem ich die Erforschung des Weißen Frostlands anvertrauen kann. Das ist keine Übertreibung. Du weißt, was du zu tun hast. Erfülle deine Mission. Ja. Können ja hier nochmal den Kollegen fragen, ob er vielleicht unsere Taschen erweitern möchte. So, 23.000 Poké-Dollar. Wir haben inzwischen dann ja ein bisschen was sammeln können. Ich war übrigens vorhin nochmal im Riss unterwegs. Ich sag immer Rissen, aber es ist die Verzerrung in dem Fall. Und ich hab da halt nochmal, ähm, ja, Sternenstücke, Kometenstücke oder was weiß auch ich, äh, gesammelt. Und die bringt natürlich jede Menge, äh, Pokedollar beim, beim Verkaufen, ne? So, jetzt haben wir noch 40.000 Poké-Dollar. Die Frage, was er jetzt haben möchte, 30.000. Oh, 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 oh. Ja, komm. Werner mit. Sehr gut. Haben wir das auch erledigt. Jetzt geht's erstmal, äh, weiter. Okay, da vorne stehen schon Professor Leven und Lumia. Mal schauen, was die uns erzählen möchten. Dann wollen wir mal in Richtung Weißes Frostland aufbrechen, was? Das war unser Plan. Ich weiß natürlich, dass es durch die Rage der Könige und Königinnen Verletzte gab und wir sie deswegen beruhigen mussten. Das Arctilas im Weißen Frostland hat jedoch niemandem etwas zu leide getan, you know? Ich frage mich also, ob wir da wirklich eingreifen müssen. Bei seiner gewaltigen Größe könnte es nur zu leicht eine Schneelawine auslösen. Mhm. Ein solches Unglück ist auch ohne das Zutun eines Pokémon nie auszuschließen. Ich weiß einfach nicht so recht, ob das der richtige Zeitpunkt für eine Intervention ist. Es ist ja nichts passiert. Und dafür schicken wir Jupp auf eine so gefährliche Mission? Wir sollten nicht vergessen, dass Königinnen und Könige wohl selbst unter ihrer Rage leiden. Es wäre also auch für sie das Beste, sie zu beruhigen. Wir wissen leider herzlich wenig über die Könige und Königinnen. Wir wissen weder, warum sie in Rage verfahren und ob sie tatsächlich darunter leiden, noch ob wirklich ein Zusammenhang mit dem Riss im Augenzeitgefüge besteht. Ich frage mich, welchen Zweck das Besänftigen der Königinnen und Könige oder die Erforschung der Pokémon für Expeditionsleiter den Boku hat. Was erhofft er sich von all dem? So, vielleicht ein friedliches Miteinander? Ich hoffe, du hast recht. Ich für meinen Teil stecke mein Herzblut in die Pokémon-Forschung, um uns allen in Zukunft ein friedliches Leben Seite an Seite zu ermöglichen. Was soll Leven? Oh, sorry. Ich wollte dich nicht von deiner Mission ablenken, Jupp. Nein, ganz im Gegenteil. Du hast unsere vollste Unterstützung. Wie wäre es, wenn du gegen mich dein Kampfgeschick auf die Probe stellst? Muss das sein. Wir gewinnen doch eh wieder. Weißt du, ich bin dir wirklich dankbar. Wirst du nicht hier erschienen, hätte ich zum Forschungsdruck mit Pikachu an meiner Seite nie so weit gebracht. Na gut, dann kämpfen wir mal. Okay, Pantimos macht den Anfang. So, was für ein Level. Irgendwas von die F... Ja, 46. Ah, okay. Na komm, dann machen wir hier mal... Krafttechnik. Sesam schlafen, der ist ja nur schläfrig. Ja, okay. Er ist noch da. So, jetzt hier die Elektroattacke da reinzimmern und dann... dürfte es auch für Staravia zu Ende sein. Oh, Pikachu kommt natürlich auch noch rein. Ja, das war's wohl. Ja, okay. Das ist die Frage, ob wir mit dem Gastrodon jetzt... Wenn wir zuerst drankommen, mit dem Gastrodon, dann können wir mit der Bodenattacke ordentlich Schaden machen. Ja, okay, alles gut. So, hier auch machen wir mal die Krafttechnik. Zack. Okay. Es wird irgendwie ganz natürlich, wenn du mit deinem Pokémon zusammen kämpfst. Wir haben's ja inzwischen schon ein paar Mal gemacht, ne? Na ja, vorsichtig, übernimm dich nicht. So eine Mission im Frostland ist kein Pappenstiel. Ich werde mich ebenfalls irgendwie zu Frostland aufmachen. Wollen wir uns eigentlich noch unsere Kleidung wechseln? Oder, äh... Haben wir noch nie gemacht hier, ne? Wir sind auch noch nie zum Friseur gegangen. So, hier ist der Friseur. Wo ist denn hier... So, hier ist die heiße... Heiße Kost. Muss noch irgendwo... Ach, da ist die Schneiderei. Ach so. Was ist denn hier? Gemichtwarenladen. Gibt's denn eigentlich hier zu kaufen? Der Werte her. Ja. Na gut. Ist auch nix Außergewöhnliches hier. Also hier... Können wir uns wohl... Mal einkleiden. Gucken wir mal, ob wir vielleicht irgendwas... Lieferung ist für uns angekommen. Ja, modernes Oberteil. Moderne Hose. Moderne Schuhe. Mh, 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 mh. Können wir noch was kaufen, oder? So, gibt's denn hier... Ui. Okay. Okay, okay. So, gibt's denn jetzt hier irgendwas? Ist das... Ist das eine Maske? Egal. Hier, Wintermütze. Damit wir auch möglichst stylisch dann gleich unterwegs sind. Komm. Die Wintermütze, die gönnen wir uns jetzt. Wurden wir den jetzt angezogen. Wurden wir jetzt angezogen. Ich hab keine Ahnung. Melone? So. Ja, ich... Ja, genau. Wir wollen den Einkauf beenden. Ich weiß gar nicht, ich hab' ich gerade eben, äh, war ich zu schnell, ne? Äh, vielleicht konnte ich das schon auswählen, die Mütze. Na ja, machen wir's eben hier mal kurz. Wir können ja mal schauen, was... ...wir jetzt eigentlich geschenkt bekommen haben. Wir haben das Oberteil. Mhm. Mhm. Ja. Wir nehmen jetzt mal die Kluft hier. Ja, ihr seht ja auch schon, ne? Das... ...ääh, Zeichen von Team Galaktik, ne? Ist mir auch irgendwie letztens so in den Sinn gekommen, ne? Dass hier eigentlich Team Galaktik in Pokémon Perl und, äh, Diamant... ...ähm, ja, eigentlich das Team Rocket sind, sag' ich mal, ne? So in der Form. Und wir sind eigentlich jetzt irgendwie diejenigen, die das gestartet haben. Kann das sein? Keine Ahnung. So vertieft bin ich nicht in der Story. Also, wenn es da irgendwas anderes gibt, keine Ahnung. Ich kann das jetzt nur aus den zwei Spielen jetzt hier irgendwie beurteilen. Erstmal wieder Mund auf. Irgendwas. Hat er gesehen. Schnee, auf jeden Fall. Ist das dieser Tempel, wo das Regigas, äh, drinne war? In erleuchtende Perle? Kann das sein? Kann ich nicht überfragen. Schön, dass du es hergeschafft hast. Dann können wir ja nun gemeinsam frieren. Du wirst es nicht glauben, aber das weiße Frostland hat nur äußerst seltene Besucher. Eigentlich kommt nur... ...Tau Hua ab und zu mit seinem Produktionstrupp hierher, um Materialien zu sammeln. Doch wo immer Pokémon sind, darf auch der Forschungstrupp nicht weit sein. Arctilas hält sich beim Eisgipfel Kampffeld auf. Das liegt noch ein ganz schönes Stückchen weiter, ja. Diese Mission ist zweifelsohne ein gefährliches Vorhaben. Lass dich also gut von Perle und Liam beraten und tu bitte nichts Unüberlegtes. Hallo Jupp, angenehm frisch hier. Ja, das kannst du ja grad sagen, ne? Sag mal, frischst du denn gar nicht? Hä? Ach was? Mir ist eh eher zu warm. Außerdem wird es gleich noch viel, viel kälter. Wart's nur ab. So langsam wird mir eins klar. Dass wir uns nie einig sind, hat rein gar nichts mit unserem Clan zu tun. Sondern mit dir und mir. Wir werden uns nie richtig verstehen, oder? Jedenfalls nicht, solange du und dein Clan eine falsche Gottheit verehrt. Das mag hart klingen. Ist aber so. Das erbedeige Sinnohr hat den Raum erschaffen, nicht die Zeit. Verstanden? Jaja. Denk doch, was du willst. Wo müssen wir überhaupt hin? Zu meinem Meister natürlich. Er ist genau da, wo man ihn auch sonst immer findet. Und das wäre dann wo? Du redest doch von Ren, oder? Wo finden wir ihn? Das habe ich doch gesagt. Dort, wo es noch viel, viel kälter ist. Bei dem Eisblock. Du hast sie gehört, Juff. Dann mal los. Toll. Lass uns ruhig hier zurück. Deswegen kann ich Leute nicht ausstehen, die es immer so eilig haben, als würde ihnen die Zeit davon laufen. Pass jedenfalls gut auf dich auf, Juff. Wir sehen uns dann am Arctilas Eisblock. Arctilas. Der Name, der ist irgendwie... Ich kriege den nicht in den Schädel irgendwie. Ganz komisch. Ich will noch mal kurz checken, ob wir hier irgendwas haben, was hier in die Tasche kann. Ach, übrigens, wir haben einen Leuchtstein vorhin aufnehmen können. In der Verzerrung. Und wir könnten mal gerade mal schauen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das hatten wir nämlich auch bei Leuchtende Perle. Könnten wir... Da sieht es nämlich... ...den Stein auf Rosalie anwenden. Das machen wir mal. Ja, Rosalie hat sich jetzt zu Roserade entwickelt. Sehr schön. Jetzt haben wir nämlich auch noch einen Eintrag. Joach. Und da sind wir auch schon. Und da ist auch schon bereits das erste unbekannte Pokémon. Schnäppke müsste es sein. Versuchen wir uns mal ganz leise anzunähern. Da ist es auch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Achso, ich wollte gerade sagen, wie soll man denn da rüber? Aber wir können ja... Wir können ja jetzt seit neuestem klettern. Ah, okay. Da unten ist auch noch eine Höhle. Hier vorne ist noch eine weite Schnäppke. Auch hier muss man darauf achten. Es gibt verschiedene Formen. Also männlich und weiblich, klar. Aber die sind dann auch... ...haben unterschiedliche Entwicklungen. Wenn ich mich nicht ganz täusche. So, ich weiß auch gar nicht... Griffel hatten wir auch schon. Wir müssen ja mal zumindest versuchen, es mitzunehmen. Er hat noch kein Griffel. Bäh. Jetzt bin ich aber baff. Da vorne ist ein Quiekel. Das nehmen wir jetzt alles mit hier. Das nehmen wir auch alles mit. So, den versuchen wir auch gleich. Wenn wir von hinten treffen, haben wir natürlich dann wieder den Überraschungsmanöver. So, Kaifel haben wir auch schon. Sehr schön. So, eigentlich möchte ich mich auch nicht allzu lange jetzt hier mit dem Pokémon aufhalten. Nur wenn sie jetzt einmal hier sind, dann möchte ich zumindest einmal die Gelegenheit nutzen. So, wir brauchen noch weitere Pokébälle. So, den Flügelball, ne? Okay. Ist das dann der... Ist das der erweiterte Federball in dem Fall? Ja, ne? Wahrscheinlich. Das wird es sein. Gut. Ist jetzt erst einmal eher uninteressant. Wir nehmen weiterhin eine Superwelle mit. Ja, das Kaifel will nicht. Laufen wir weiter. Entweder bleibt es drin oder... Okay, sehr gut. Okay, da vorne ist ein Firron und Thor. Hier ist noch ein Elite. So, beten und hoffen, dass er sich jetzt nicht umdreht. Na, ist nicht drin geblieben. Naja, sei es drum. Wir bewegen uns jetzt erstmal hier weiter. Ach, okay. Was ist das da vorne? Das ist mir jetzt... ...auch recht unbekannt. Das hat mir jetzt wenig. Marktipp. Nun denn. Das ist Arctilas Eisblock jetzt. Ja, der Typ hat aber auch echt überhaupt keine Probleme, ne? Der kalte Wind hat mir fast die Ohren vor dem Kopf gefroren. Und wozu? Alles nur, um mitten ins Nirgendwo zu gelangen. Prima. Dieser ehrenwerte Herr ist Arctilas Wächter und mein Meister. Ja gut, wenn er der Wächter ist, dann sollte er auch schon mit Kälte umgehen können. Er hat gefälligst etwas Respekt. Diam. Ja. Wohlan! Erlaube mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Ren. Ich diene den Perlclan als Wächter. Du gehörst zur Galaktikexpedition. Dann musst du Iub sein. Lass mich dir gleich eine Frage stellen. Weshalb möchtest du Arctilas besänftigen? Ja, weil es in Rage ist, eventuell. Aha. Dann meine nächste Frage. Was genau ist denn das Problem an seiner Rage? Lawinengefahr. Man kennt es. Gerade ist die Saison. Da muss man aufpassen. Was würdest du tun, wenn das hier nicht deine Mission wäre? Was sagt dir dein Herz? Fang dich so an, ey. Ich will es besänftigen. Nun hören wir gut zu. Arctilas, unser König des Schneefels, macht weder Mensch noch Pokémon Ärger. Okay. Meisterin, so beruhigt euch doch. Ihr habt recht. Noch hat Arctilas niemanden Umstände bereitet. Doch ist es nicht auch unsere Pflicht, allen die Angst davor zu nehmen, dass ein so gewaltiges Pokémon die Kontrolle verlieren könnte? Die Ansicht ist berechtigt. Doch, doch. Da ist schon was dran. In diesem Fall müssen wir diesen Jungen aber zuerst auf Herz und Nieren prüfen. Nun, genug der Woche. Zück deine... Wie nennt ihr sie gleich? Ach ja, Pokebälle. Komm. Zeig, was du drauf hast. Meine Muskeln sind so unnachgiebig wie eine Wand aus Eis. Kannst du sie durchdringen? Wir werden's sehen. Es ist ja auch schon hier mit zwei Pokémon am Start, ne? Ja. Guten Tag auch. Jetzt ist die Frage, ob wir das Frosty-Dier erstmal hier platt machen. Damit die zumindest erstmal keinen Schaden weiterhin macht. In dem Fall ist es auch nur Level 24. Ja. Das... Das könnte funktionieren. So, jetzt werfen wir erstmal Tornupto rein, ne? So, Flammenrad mit Krafttechnik. Na, okay. Klein wenig fehlt noch. Tja. Haben wir dich jetzt irgendwie begeistern können oder... Gut gekämpft. Damit wäre dann das Eis zwischen uns gebrochen. Hey, hier. Dieser Junge hier ist in Ordnung. Geil. Wir wurden akzeptiert. Das ist doch schön. Ich danke euch, Meister. Es gibt Leute, die aufgrund seines rätselhaften Erscheines Zweifel an Jupp haben. Doch ich vertraue ihm absolut. Wenn du Arctilas unbedingt besänftigen willst, besorge etwas Permaeis und bring es zur Hoheitsstätte. Permaeis. Mhm. Um an Permaeis zu gelangen, musst du fliegen können. Dafür brauchst du... Waschakwil. Rege, du kurzer Sinn. Geh und suche ein Mädchen namens Sabi. Der Sinn ist mir etwas zu kurz. In Rätseln zu sprechen, ist alles andere als zeiteffizient. Arctilas ist doch ein König des Perlclans. Da wäre es etwas seltsam, wenn ich die Sache erkläre. Aber sei es drum. Arctilas ist ganz versessen auf Permaeis, das sich auf den im Frostland stehenden Eisblöcken finden lässt. Und hier kommt der Diamant-Clan ins Spiel. Weil nicht einmal es Nibos das Eis zu erklimmen vermag, muss man das Ziel aus der Luft mit Waschakwil ansteuern. So der Plan. Meisterin ist es allerdings mal fast gelungen, einen Eisblock hinauf zu klettern. Es haben nur noch zwei Meter gefehlt. Und seitdem ist auch sein Gehirn ein klein wenig. Ich habe so meine Zweifel. Naja, Sabi schwebe jedenfalls hier in vielerlei Hinsicht ständig in den Wolken. Du wirst sehen, was ich damit meine. Du kannst dich ja mal zum Blitzhandtempel aufmachen. Dann wirst du sie schon irgendwo begegnen. Ja, da ist sie doch. Hast du jetzt vielleicht zugehört und du willst mir einfach das Waschakwil übergeben? Meine hellseerischen Fähigkeiten haben mir verraten, dass wir hier zusammen Fang spielen würden. Schaffst du es bis zu mir? Was macht sie denn da oben? Jetzt verstehe ich, was du eben meintest, Dian. Ja, jetzt wird auch mir einiges klar. Gut, kümmere du dich um das Mädchen. So kann ich mich wieder ganz meinen Muskeln widmen. Prioritäten sind da auf jeden Fall gesetzt. Das ist auch klar. Prioritäten sind dort gesetzt. So, also wir haben ja gerade eben schon gehört, dass wir mit Snee Boss wohl hier nicht hochkommen. Ja, das, äh, jetzt hängen wir auch hier fest. Sehr gut. Dann müssen wir mal versuchen. Achso, ja. Gut, dann gehen wir einfach hier hoch, ne? So, Sabi. Ach ja. Ich hätte mich wohl, äh, zuallererst vorstellen sollen. Mein Name ist Sabi. Schön, dich kennenzulernen, Jupp. Wir freuen uns auch. Ich habe schon von dir gehört. Du bist richtig stark, nicht wahr? Du gibst bestimmt einen guten Spielgefährten ab. Ich weiß schon, was dich zu mir führt. Ja, ja. Du brauchst, Waschak willst, äh, Hilfe, um Akilas besänftigen zu können, stimmt's? Das ist ein Fuchs. Also, äh, ich habe nichts dagegen. Aber du, äh, wenn du mich fangen kannst. Los geht's, Waschak will. Ich spring dir auch und die hauen jetzt ab, ne? Ohne Sabi ein. Ja, wo ist die denn? Da oben? Juhu. Jo. Die stehen weiter halt total entspannt hier. Wir warten jetzt erstmal ab, bis wir hier irgendwie... Sabi, äh, äh, fangen. Keine Ahnung. Ja. Okay, da vorne ist noch ein Geisterlicht. Würde aber auch jetzt nochmal hier gleich eine Pause einlegen wollen, bevor es dann auch hier weitergeht und wir uns dann mit Sabi beschäftigen. Äh, wir können ja schon mal hier zumindest hier einen Teil rüber laufen. Wahrscheinlich können wir wohl da gleich auch hochklettern, oder? Weil das ist ja kein Eis. Wir werden es auf jeden Fall probieren. Wie ich aber schon gesagt habe, wir legen jetzt hier nochmal eine Pause ein. Ja, ich pausiere das Spiel an der Stelle. Im nächsten Video geht es natürlich an der gleichen Stelle weiter. Wenn euch dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn ihr einmal den Gefällt mir-Button drückt, wenn ihr in Zukunft keine weiteren Videos hier verpassen wollt, dann abonniert auch gerne den Kanal. Das war es jetzt erstmal soweit von mir. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Habt noch eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.